Wer sich jetzt noch hierfür interessiert, das ist übrigens das Screenshot-Programm, wo ich mit dir S&PÜ gemacht habe, wo er auch sagt, dass ich related bin. Und wer sich hier wundert, kann ich noch einmal kurz hier so, nicht wie ich das so auf einer Sache, auf jeden Fall hier so vorbeigehen. Das ist einfach ein Respawn-Code, den ich mir damals gedownloadet habe. Ich glaube, das war von Benzo oder ähnliches. Und da könnt ihr das ja auch noch gerne angucken, dass das ja einfach ein Respawn-Code ist. Ich kenne mich da nicht aus, ihr habt ja einfach nur kopiert und ja, ich finde es halt einfach nervig, wie diese aktuelle BW-Szene wirklich zu jedem Hacker sagt. Und zwar finde ich die aktuelle BW-Szene mit den Hacking-Vorwürfen und alles so extremst lächerlich. Und dann allein jetzt dieses Video hier, das von J.S. und jetzt nicht denken, dass irgendwas Falsches ist, er erklärt in diesem Video, dass ich related bin. Er hat das auch in Klammern, also in Klammern, wenn es 100% bastelt, weil Possible ein Video gemacht hat, wo ich angeblich bastelt wäre. Und er hat das im Video erklärt, dass ich nicht bastelt bin. Und viele denken einfach nur wegen dem Titel, dass ich bastelt bin und gucken sich das Video gar nicht erst an. Und das ist die aktuelle BW-Szene. Sie sehen wirklich ein Video und denken direkt, ja, der Hacker oder ähnliches. Und ich möchte jetzt in dem Video mal ein bisschen über die CW-Szene reden, wie Leute einfach random irgendwelche Leute als Hacker beschuldigen. Und ich habe auch eine 45-minütige BÜ gemacht mit J.S. Und er sagt auch, dass ich related bin. Ah, so, und was mache ich jetzt hier? Das sieht ja relativ interessant aus, was jetzt hier passiert. Und zwar sieht man jetzt hier, wie ich jetzt erstmal diese Version mit der 1.8.9 spielen wollte. Doch, habe ich gesehen, die habe ich bereits schon gedownloadet. Deswegen habe ich mir hier die 1.8.7. Da steht auch Ready to Download. Das heißt, die downloadet erstmal die ganze Version. Das heißt, das ist eine komplett Vanilla-Version. Und jetzt zeige ich euch nämlich, was passiert ist. Und zwar am letzten drei, vierminütigen CW-Clips habe ich am Ende noch 30 Sekunden lang Kyoto-Clips gemacht. Und ich kann euch am Ende noch zeigen, diese Leute, die dann sagen, ja, bastel, bastel, du hast die Version ausgeblendet. Und zwar habe ich da natürlich schön die Version ausgeblendet. Hier zeige ich das übrigens mit Version. Also ich blende die Version ja nicht aus. Weil ich mal gucken wollte, wie die Leute reagieren, wie diese Community reagiert. Und ich kann euch am Ende noch diese Leute zeigen, die einfach so dumm reagiert haben. Die dann gesagt haben, ja, 100% bastelt, du zeigst die Version nicht und ähnliches. Und Leute, es sind einfach zu viele. Und das ist doch einfach nur noch traurig, dass man einfach sagt, dass sie Sex sind. Sagen Leute, ja, selbst gebastelt. Du hast die Version bei Kyoto ausgeblendet. Als ob ich das einfach random in den CW-Clip reinnehme, wo ich eine Version dann ausblende. Und ihr seht hier auch ganz normal. Ich spiele jetzt gegen ihn. Und es ist eine ganz normale, komplett Vanilla-Version. Und ihr seht jetzt also, diese Hits, die jetzt gehen, die sind möglich. Und ihr müsst nicht wegen jenen Hits denken, direkt, dass es Hacks sind. Und ihr seht jetzt hier, ich halte jetzt hier auch die Version offen, blende ich jetzt hier nicht aus. Und ihr seht, die Hits sind komplett möglich, die jetzt hier geschehen. Ich muss jetzt ein bisschen noch, also jetzt noch ein bisschen vorspulen, weil es natürlich jetzt nicht immer so krasse Hits gibt. Jetzt zum Beispiel, hier gibt es noch krasse Hits. Und da sieht man jetzt so ein bisschen das Vorbespulte. Also weil man nicht die ganze Zeit permanent gute Hits drückt. Und ja, das sind alle die Hits, die im Video passiert sind nach dem CW-Clip. Und wo so viele Leute geschrieben haben, ja Bastet, Bastet. Ja, du hast die Version ausgeblendet. Und da sehe ich wirklich, wie diese Community reagiert. Und diese Hits hier sind zu 100% Ledshit. Ich spiele allgemein zu 100% Ledshit. Und ich würde es so unnötig finden, wenn irgendjemand mit in mir spielt. Und es werden gerade auch zu so vielen Leuten gesagt, dass sie hacken. Zum Beispiel zu Maxim wird gesagt, ja, weil er auf einmal gut Butterflyen kann, sagen ich zu ihnen einfach richtig viele, dass sie hacken. Und hier sehen wir auch, dass ich ja nicht die ganze Zeit so krasse Hits gerückt habe. Sondern dass natürlich, wenn ich CW-Clips mache, kommen natürlich nur die guten Clips rein. Und überlegt das mal, als ob man irgendwie in den CW-Clips reinmacht, wie man die ganze Zeit nur krass verähmt oder sowas. Natürlich kommen in CW-Clips nur die guten Hits rein. Äh, guten Hits rein. Ja, in CW-Clips kommen nur die guten Hits rein, ja. Die man auch macht. Und Leute urteilen einfach viel zu früh darüber. Und wir sehen hier in diesem Moment auch, dass es zu 100% Ledshit war. Ich habe mir sogar eine normale Vanilla-Version auch gedownloadet. Und es haben so viele Leute geschrieben, ja, Busted, Busted, Hacks. Ja, man sieht deine Version nicht und sowas. Und dann denke ich mir, da spiegelt genau diese Community wieder, die ich gerade aktuell meine. Und wie gesagt, blende ich am Ende mal die ganzen Kommentare ein, die sagen, Busted, Busted. Man sieht deine Version nicht oder Busted, Busted, die Hits ETC. Und Leute, genau das zeigt doch gerade, wie man einfach nur einen so, wieso verurteilt man einfach nur zu früh und sagt, das ist ein Game und ich will einfach nur Fun an diesem Game haben. Und so eine Invis-Scheiße, Range-Hack-Scheiße an der Knockback-Reducer, also so ein Knockback-Reduce-Hack-Client, also jetzt nicht mit Klick-Klacken-Reducen. Es ist doch einfach nur unnötig. Und ich finde, in dieser CW-Szene bilden sich einfach so viele Leute viel zu früh eine Meinung und sagen direkt, dass jemand hackt und kommen davon nicht mehr runter. Zum Beispiel jetzt diese Leute, die jetzt in den Kommentaren geschrieben haben, ja, du Hacks-Hacks im Kyoto-Video, du bist Busted, ihr müsst euch doch sowas von getriggert fühlen. Und es wird in letzter Zeit auch so geglaubt, dass irgendwelche ganzen großen YouTuber, jetzt sagen wir mal Maxim oder Oskar, also die ganzen CW-YouTuber hacken. Wieso? Es wird ja gerade echt vermehrt bei YouTubern gesagt, ja, YouTuber, alles Hacker, ETC. Da wird ja gesagt, Maxim benutzt Doppelklicker. Seid ihr mal Butterflykern, wird das über ihn gesagt. Der benutzt das, der benutzt das. Und Leute, bildet euch einfach selber eine Meinung und sagt nicht einfach, dass immer irgendeiner hackt. Es muss nicht alles gleich Hacks sein. Irgendein krasser Hit muss nicht gleich Hacks sein. Ihr seht hier auch, das hier sind alles komplett legit Hits, genauso wie alle anderen Videos von mir, von Maxim, von Oskar, ETC. Das hier ist auch noch eine komplette Vanilla-Version und da haben Leute rumgeheult, dass es Hacks sind. Ich meine, wie traurig ist das bitte? Bildet euch einfach eine eigene Meinung und sagt nicht wegen jedem Hit gleich, ja, das ist ein Hack-Client. Natürlich gibt es leider, leider Gottes, sehr viele Invest-User und ich war echt überrascht, wie ich mit David also stand. Dein NT, wie er da mal so eine Abstimmung auf Twitter gemacht hat. Da hat er mal so eine Abstimmung gemacht, hey, wie viele von euch spielen eigentlich komplett 100% legit aufkomme und haben wirklich so 20% für Nein abgestimmt. Also das war so eine anonyme Twitter-Umfrage und das finde ich dann halt schon so ein bisschen scheiße, wenn er wirklich 20% irgendwie Invest-Usen, aber das glaube ich halt wirklich gar nicht. Da haben, glaube ich, viele aus Fun abgestimmt. Ich finde es einfach traurig, wenn man Invest-User ist. Ich meine, man will einfach nur Fun an dem Game haben und wenn man irgendeinen Invest-Client oder irgendeine andere Scheiße macht, ist es einfach nur komplett unnötig. Und dann zu sagen, dass man legit ist oder ähnliches und sowas finde ich, würde ich einfach nur unnötig finden. Aber bildet euch doch einfach eine eigene Meinung und sagt nicht gleich zu jedem Invest, Ohne Spaß, ich lese gerade wirklich bei jedem Hit, ja, äh, Hack-Client, und es schreiben wirklich Leute unter diesem Video, wo ich mit der Vanilla-Version spiele, die ich mir gerade dort downloade. Ja, du bist Bastard. Ja, Bastard, eindeutig auf Kyodo und ETC. Und Leute, man, bildet euch eine eigene Meinung und es geht nicht immer direkt vom Schlimmsten aus. Sagt nicht immer, dass es Hacks sind. Das fuckt an dieser Community gerade so extremst ab, dass wirklich alle denken, der Hack, der Hack, ja. Eindeutig Hacks, eindeutig Hacks, Range-Hack, ETC. Und wer jetzt zu mir sagt auf jeden Fall, ja, du hast ja auch Bastard-Videos gemacht, ich kann sagen, ich stehe hinter meinen Bastard-Videos, weil das auch Hacker waren. Der eine zum Beispiel aus Possible, ist dann nach TS gekommen, hat zugegeben, dass er mit einem Hack-Client spielte und hat auch alles zugegeben. Und wenn mir wirklich jeder beweist, dass er legit ist, kann ich das Video gerne runternehmen. Aber verurteilt doch nicht einfach Leute, sagt nicht einfach zu jedem gleich Hacks, nur weil er irgendwie mal einen guten Hit gibt oder sowas. Es gibt leider Gottes viele Invis-User, aber wieso sollte man, wenn man YouTube macht, hacken? Wieso sollte zum Beispiel jetzt ein Maxim, ein Oskar, ich, wieso sollten wir mit Invis oder ähnliches spielen? Wozu? Wir wollen einfach nur zocken und Leute unterhalten dabei. Und wieso sollten wir mit irgendeinem Hack-Client spielen oder mit unfairen Mitteln oder mit unfairen Klarenmodifikationen, besser gesagt? Bildet euch einfach mal eine eigene Meinung und sagt nicht immer gleich, dass alles Hacks sind. Und jetzt hier nochmal die ganzen Screens von den Leuten, von den Personen, die gesagt haben, ja, Hacks, Hacks, man sieht ja eine Version nicht oder auf Kyoro, spätestens auf Kyoro hast du dich selbst gebastelt und so eine Scheiße. Und ihr müsst euch richtig getriggert fühlen, die ganzen Kommentare, die jetzt hier kommen. Ach ja, aber vorher noch zu dem Kommentar, weil der ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber er entspricht eigentlich der Wahrheit, wenn man den jetzt mal genauer betrachtet. Und zwar sagt er hier, dass man mit Jeter eine große Range hat und tendenziell stimmt das eigentlich. Denn wenn zum Beispiel Jeters mit 12 CPS, haben 12 Klicks die Chance auf den First Hit. Wenn du zum Beispiel ganz normal nur mit 6 CPS klickst, dann haben nur 6 CPS die Chance auf den First Hit. Also das ist zwar ein bisschen komisch ausgedrückt vielleicht von King Team, also es ist nix gegen dich, aber eigentlich hat er damit recht. Denn wenn du Jeters hast, hast du natürlich mehr Klicks als du normal klickst und so haben natürlich mehr Klicks die Chance auf den First Hit. Und noch einmal, und übrigens by the way, werde ich das Video einfach nicht monetarisieren, dass ihr jetzt nicht rumholt, dass es über 10 Minuten geht. Ich werde auch die misstrauischen Kommentare einblenden, wo sie einfach nur fragen, wieso du diese Version ausgeblendet hast. Das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, jedoch wirft es das Thema auf, wieso man dann noch so misstrauisch ist. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man jetzt fragt, warum das und das. Man kann gerne ein bisschen hinterfragen, aber man muss das ja nicht wirklich ihm misstrauen sagen. Also so ausgedrückt. Also ja, der Hauptpunkt liegt eigentlich an denen, die sagen, man so bastelt, man sieht die Version nicht, die dann direkt so kommen. Bis zum nächsten Mal. Und einfach kurz, was ist mit dir falsch? Zum Zeitpunkt der CW-Clips, also wo die CW-Clips entstanden sind, sind wir Platz 1 gewesen. Also da, wo die CW-Clips waren. Und jeder CW-Clip, der in diesem Video erspielt wurde, zu jedem Zeitpunkt waren wir Platz 1 dort. Also was für die Titel ist nicht gerechtfertigt? Und ich konnte nicht nochmal einen Tipp geben. CW-Clips ist da gar nicht so unentscheidend. Und zwar kann ich euch jetzt einmal kurz hier zwei Screens einblenden. Und zwar von dem angeblichen Bust von mir von Possible. Und ich verstehe nicht, wie meine Villager 1,5 Blöcke zu weit nach vorne blazen kann. Ja, man sollte auch mit allem berechnen, dass ich einen FOV von Craig Pro habe. Und sollte dementsprechend auch schon vielleicht merken, dass es mit Craig Pro natürlich für einen mit, ich sag mal, einem FOV von, keinen Augen, 70, sehen die jetzt natürlich deutlich krasser aus. Also nur eine größere Range. Wenn du zum Beispiel mit einem 80er FOV zockst und dann jemanden siehst, der mit Craig Pro zockt, dann sieht es beim Craig Pro, weil es alles so verzerrt ist. Natürlich sieht es aus, als hätte er die übelste Range. Und ich weiß das selber, weil ich damals in der SG-Szene, wo ich in der SG-Szene war, habe ich mit 70er FOV, also mit normal, auch gezockt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017